Espresso Rosso. Die wichtigsten Informationen zum Tag. Von Barbara Nowak. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 22. September 2020. Das Wetter heute sonnig bis zu 27 Grad. Ein besonderes Augenmerk muss der Entwicklung der Anzahl der infizierten Kinder und dem Schulbereich gewidmet werden. Kinder und Jugendliche leiden die letzten Monate sehr unter der Corona-Pandemie. Die Sicherheitsvorkehrungen und Abstandsregeln sind gerade in den Schulen oftmals nur unter schwierigen Bedingungen einzuhalten. Um einen wertvollen Unterricht und den Lernerfolg zu gewährleisten, ist ein frühes und schnelles Testen der potenziell betroffenen Kinder notwendig. Mit dem neuen, in Wien entwickelten Gurgeltest können zukünftig Kinder und Jugendliche ohne Probleme zuverlässig und schnell getestet werden. Gib weiterhin Acht auf Dich und Deine Mitmenschen. Bleib gesund. Bei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ist unsere Gesundheit in sicheren Händen. Sei dabei bei ludwig2020.win Espresso Rosso. Die wichtigsten Informationen zum Tag. Von Barbara Nowak.